Im Eis passiert im ersten Drittel rein. Erinnernswerte Chance für den KRC von Beflügelt. Schöne Kombination vom KRC und die Scheibe landet bei Jean-François Schack. 13. Saisontreffer 1 zu 0. Minuten später der KRC Beflügelt von der Führung. Setzinger bedient Manuel Garnal und der erhöht auf 2 zu 0. Die Führung sorgt dann auch für etwas ausgelassenere. Im Kühlabschnitt tauen die Gäste aus Ljubljana dann zumindest ein bisschen auf. Offensiv fast nichts zu sehen. Insgesamt eine Schussstatistik von 51 zu 19 zugunsten der Hausherren. Hier die nennenswerteste Chance nach einem Konter durch Roland Kaspitz. Neun Minuten vor dem Ende wollen die Klagenfutter. Drücken jetzt die Gäste immer mehr in ihr eigenes Drittel. Und Thomas Koch sorgt für die Vorentscheidung in der 52. Spielminute. 6. Saisontreffer 1. Sekunden später Fehler von Juri Sottler. Und dann ist es Oliver Setzinger, der auf den 4 zu 0 Endstand erhöht. 6 Punkte Rückstand sind es doch auf die direkte Qualität.